hallo zusammen hallo freunde ich melde mich mal wieder ich möchte euch auch alles gute wünschen wegen diesem blöden coronavirus ich hoffe ihr seid noch alle gesund wir sind sie auch noch hier in baden württemberg ist natürlich auch wir sollen jetzt nicht mehr so rausgehen die schulen wurden geschlossen und so weiter und so fort ja wir stehen das durch bleibt gesund ich experimentiere ein bisschen rum und zwar mit dieser blumen technik ich experimentiere mit holzlack selbst mit diesem von liquitex diesem flow aid funktioniert aber auch noch nicht so richtig möchte aber dass ihr dabei seid ihr wisst ja ich experimentiere gerne und ich zeige euch auch was ich mache es sind natürlich nicht immer alle hundertprozentig schön aber die wo meinen kanal kennen oder wo mich schon länger kennen wissen ich zeige euch auch sachen die ihr vielleicht dann nicht machen sollt weil es nicht funktioniert aber ich finde die bilder sind eigentlich ganz gut geworden darum zeige ich euch ich schreibe es dann unten in die beschreibung immer rein was ich gemacht habe wie ich es angemischt habe ich hoffe ich bekomme noch alles zusammen dann lasst uns starten also das erste bild finde ich ganz gut ist ähnlich wie ein negative space und ja ist nicht dieser zelleneffekt gekommen wie es sein sollte aber trotzdem schön lasst euch überraschen ich bringe dann ein paar bilder hintereinander das heißt also ein paar videos hintereinander und dann schauen wir mal ich hoffe euch gefällt schreibt mir in die kommentare und dann bleibt gesund und haltet euch tapfer lasst uns starten und dann kommt über den Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020